Guten Tag zusammen und moin moin. Wir sind die Gaming Creeps. Wir sind vier Leute. Wir sind Alex, Flo, Simi und ich bin Nils. Und ja, wir haben gedacht zum neuen Jahr, ach komm, wir versuchen es auch mal mit den Videos. Vielleicht haben wir ja Glück. Und der Simi wird euch jetzt einfach was über die Spiele erzählen. Ja, hi erstmal. Mal. Projekte, die geplant sind auf diesem Channel sind halt LOL Gameplays, vielleicht auch Guides, Team Fortress ein bisschen, ein Let's Play von Torstein 2 von Flo und Alex, Landwirtschaftssimulator von Nils ein paar Runden, LOL Ranks, Binding of Isaac Runden und Highlights von diversen Videos, also witzige Momente oder Sachen, die halt sehr gut waren oder unterhaltend. Sachen, die noch vielleicht Flo und Alex sagen wollen. Fangen wir mal mit Flo an. Ja, guten Tag erstmal. Ich bin der Flo, wie es schon erwähnt. Spiele hauptsächlich LOL und nebenbei noch ein paar andere Spiele. Meistens mit den dreifälligen Idioten hier, die sonst noch versammelt sind. Und jetzt gebe ich mal weiter an den Alex. Jonas, erstmal ein Hallo an euch, Leute. Ähm, ja. Die Mimida ist eigentlich ungefähr das Gleiche. Was vielleicht noch kommen wird, sind vielleicht die beiden Counter-Strike-Teile. Also SIRS und Global Offensive. Die sollten wir einfach jetzt mal hier nicht vergessen. Also, meinerseits gibt's nichts mehr zu sagen. Wenn die Jungs noch was zu sagen... Vielleicht mach ich ja mit dem Alex zusammen das CSS und CSGO. Auch wenn ich da total der Kacknob drin bin, aber scheiß mal drauf. Aber Alex, sag mal eben was. Du hattest doch noch mal... Du hattest doch schon mal einen Kanal. Ja, ich hab damals Molle Play mit, glaube ich, 26 Abonnenten jetzt. Hey, 26! Einmal einigen Applaus, Einfüge bitte. Und, äh, ja, sicher, das ist demjenigen, der schneiden darf. Danke. Und, ähm... Äh, glaube ich, mein liebstes Video war das mit Semi. Das hatte, glaube ich, jetzt über 500 Aufrufe. Hashtag MadLife, Hashtag MadLife. Ich kann auch unten mal verlinken, dann seht ihr schon mal, wie beschissen unser, ähm, Semi spielt. Ey. Ja, diese Blizzcrank-Gooks waren einfach nur... MMM! Das war tasty. Take its taste. Ja, wir können ja den Link unten mal reinkopieren und ihr könnt euch selber davon überzeugen. Ja, bloß da war meine Soundquali nicht so tolle, weil ich hatte mein Headset neben mich gelegt. Ich dachte mir, ich habe mir das im Kopf zu setzen. Und deswegen hört man mich in dem Video... Naja. Also so habt ihr jetzt eine kurze Zusammenfassung von uns, sag ich mal. Was wir machen werden, werden sicherlich noch sehr viel mehr Spiele kommen. Etwas, was wir auch noch sehr planen, ist Magicka. Und das werden wir auch zusammen machen. Und du kannst ja auch jetzt zusammen. Das müssen wir uns zwar noch alle kaufen, aber mal sehen. Das läuft, das läuft. Passieren. Okay, es werden auch noch alle Social Media Links... Sorry Flo, ich hab dich unterbrochen. Ja, kein Problem, rede ruhig weiter. Okay, wir werden auch noch alle Social Media Links unten in die Beschreibung packen. Sowas wie Steam oder Facebook. Und Flo, jetzt bist du, bitteschön. Ja, okay, also würde ich ihm einfach mal sagen Tschüss. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach eine PN oder kommentiert unten. Und ja, das war's dann auch von meiner Seite. Auf Wiedersehen, Tschüss.